Jetzt. Ich bin 50. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 2. 3. Seit 4 Jahren aktiver Modellkrieg ist er auch schon dabei als Helftroberpilot von WERIS und eine TSL-ISKRAM, ein Poblesflugzeug im Maßstab 1 zu 5. Der Start wird damit über 13,5 Kilogramm Platz. Der Start wird damit über 13,5 Kilogramm Platz. Das heißt, wir haben einen kleinen Karten bei uns zu steuern. Das ist ein kleines Flugzeug. Der Start wird mit demcrire Kempen verarbeitet. Das wird dann wieder anstrengend einigen. Das geht dann weiter. Die Bremse hat der Bremse. ... und die Dürken sind mit Frau Schulz, Herr Gürnmer. Die Dürken ist top und dann auch vom Kopfrichter Mühle und links und rechts. Die Dürken ist gleich lang und gleich fertig sein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.